Und da sind wir wieder da hoch! Oh nein! Oh nein! Wir haben also trotzdem mal Atomfall. Okay, wir haben den Drachen geändert. Die schüchtern sich nicht. War das immer wieder durcherleben zu müssen? Absolut, oder? Okay, wir müssen also wieder raus. Hä? Wie? Und da haben wir überhaupt keinen. Okay, da hat sie mir erzählt, dass sie schwanger ist. Hier habe ich den ersten Bauchschlag. Okay, hier komme ich auch nicht lang. Das ist ja Traum. Wie da hat sie wehen. Okay, in der Variation hat sie ihr Kind verloren. Anscheinend. Okay, sie scheint also jetzt noch am Leben zu sein, hat aber kein Kind mehr. Das ist ja das Schlimmste. Das ist ja das Schlimmste. Das ist ja das Schlimmste. Dann schauen wir mal nach, was wir bei ihr ändern können. Wir müssen ja anscheinend irgendwas ändern. Rette sie. Okay, da steht immer nur, rette sie. Rette sie. Retten wir nur sie oder retten wir einfach nur unsere Zukunft? Oder ist mit sie sie beide gemeint? Müsst ihr eigentlich damit anfangen, dass ich zu dem Typin nach Hause gehe und ihm den Dosenöffner wiederbringe? Wirklich verliebt. Auld Fall. Auld. Auld. Ich muss noch den Dosenöffner zurückziehen. Oh, ich hab hier noch die Dosenöffnung, ich wollte die noch zu... Schmacht, schmacht. Wann könnte ich nicht mit ihm zusammen sein? Oh nein... Das ist so ne gute Idee. Okay, sie scheint den Umzug also alleine zu machen. Oh nein... Es tut mir so leid für die... Hammer... Liebe ist so... Feuer... Das zweite Ergebnis hinbekommen. Das zweite Ergebnis hinbekommen. Okay, wir müssen erst die Tür aufmachen. Okay, da kann man nicht durchgehen. Okay, wir müssen erst außen rum. Wenn wir komischerweise über einen Drei-Blätter-Haufen nicht drüberlaufen können. Seltsam. Ja, auch Blätter. Da muss die Kiste hin. Aber wir haben hier nichts, was wir machen. Wegzuhaken, das Lauf. Da ich mir sicher bin, dass es gleich voll läuft, die Lauf. Ja, das ist alles gut. Oh, ich glaube, wir brauchen eine Hake. Warum sind die Türen eigentlich hier höher als die Leute? Wie ist denn die Hake da vorne? Ich glaube, wir brauchen die Hake. Sonst freu das Paket ja definitiv nicht. Ah, okay. Wir sind nett und haken gleich mal überall. Oh. Oh, ich glaube, wir brauchen die Hake. Oh, ich glaube. Ich glaube, wir brauchen eine Hake. Ich bin einfach mal hier. Ich glaube, wir brauchen die Hake. Ich geh schon jetzt gerne öfter mal lang zu. Fahne die. Schauen wir mal nachher. Er hat jetzt eine gesammelt. Das guck ich auch mal. Wir haben also... Es ist ja so traurig, dass die Leute alle nicht mit dir irgendwas machen, Macht haben. Sondern, dass sie ganz alleine war. Laufen wir noch mal. Hier, hier kommt der rein. Okay, den grüßen wir anscheinend nicht. Ich will mich eigentlich gerne noch mal umstellen. Weil wir haben ja mit allen eine Erinnerung. Okay. Das ist die Erinnerung. Und den gesammelt. Hier ist der Hund. Hier ist wiederum der Kleine der Erinnerung. Ich glaube da unten war eine mit dem Schiff. Hier oben ist der Kie. Okay, wir müssen uns also merken, wer wann wo eine Erinnerung hat. Das ist also sehr interessant. Aber ich find keine 5. Da auch irgendwie. Ah. Ja gut, dann nicht. Ist ja auch nicht unbedingt notwendig. Okay, wir brauchen also was zum Fest. Man, das sieht ja im Blinder mit dem Krugstock, dass das so hier ist. Schauen wir mal, ob ich besser wo ein Seil ist. Okay, da fährt der Alte hin. Dein Junge, aber wo ist dann? Hier ist also das Band von dem alten Herrn so. Da wohnen sie. Da wohnt der Kleine. Jetzt das Seil hier. Ich brauche auf jeden Fall ein Seil. Geht fest. Da komme ich. Okay, ich muss also ein Seil oder irgendwas zum Fest machen. Kleine Junge. Kleine Junge. Böse Brücke. Du kannst ja bei ihnen rennen. Du musst ja nicht... Der schießt irgendwie. Laufen. Ja. Naja. Pusch. Da rein. Das ist eine eingeschlossene Gemeinschaft. Da reinkommen wir aber auch nicht. Da wohnt wahrscheinlich der andere Typ. Aufgemacht, die kommen aber heiß. Kein Seil. Okay, du hast einfach mal erst mal mit... Okay. Okay. Ich brauche also was, was ich festmachen kann. Aber ich habe doch gar nichts. Gut, da hier auch Blätter sind, machen wir die einfach mal weg. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.